Willkommen in seinem weiteren Ice Hockey Match. Das hat ja schon gedauert diesmal, bis wir wieder reinkamen. Deswegen haben wir jetzt auch einen anderen Mitspieler. Das ist auf jeden Fall schon mal wesentlich actionreicher. Das ist die Anfangsphase als beim letzten Match. Nee. Ah, schade. Mist, 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 Mist. 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 Das war's für heute. Schade. Ich habe das, wie viel Dwarf, würde ich auch nicht mitwarten, was? Ah. 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 Oh, der kommt gut, der kommt gut. Scheiße, Mann. Wäre ich mir doch in die Fahne. Ich wollte das Tor aber nicht klonen, ey. Shit. Und ausgespielt Jo Na ja Was für ein Ding Rabaseel Ich hab keine Ahnung was er will Achso Zack Und raus hier Das hat man nämlich noch gebraucht Für NRS für die Rügen Gut Dann haben wir die zweite Etappe auch fertig Dann spielen wir wieder nochmal Ich tu was es tu ich hoffe Jetzt läuft es auch ein bisschen Achja sechs Spiele sieben Spiele hatten wir jetzt glaube ich und dann fünf Niederlagen Ist natürlich nicht so eine tolle Quote Ich schau siepen hier Dann kommen wir sucker Der Arsch wird mich wegramm Nein Schade Yay Lift Ach Mist Ich hasse mich Okay Okay Ach Leute Ist doch schon wieder ein beschissenes Spiel ey No Schweinjamt Guck mal Er fährt auch so gemütlich lang an der Seite Irgendwie ist ja nicht so wirklich Bocken hier Und überspielt Bam Bam Das war's für heute. 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 Ich hätte einfach bloß nochmal springen müssen. Das war's für heute. Das war's für heute. Auch wenn wir das nicht mehr reißen werden. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.